Dann, ich habe nämlich 400 Tage mich hier eingeloggt und hier, Kisten, hab dafür 40 Juwelenkisten bekommen. Meike, willkommen streamen. Und die, mal sehen, zweimal haben wir schon gemacht, die ganzen Vote-Kisten aufgemacht. Vielleicht bekommen wir ja jetzt irgendeinen, mal endlich einen Hauptpreis, aber ich glaube inzwischen schon gar nicht mehr dran. 30 Juwelen für die erste Kiste ist gar nicht mal so kacke. 40 Kisten, 30 hat ja schon letztes Mal lange gedauert. Da waren wir glaube ich zwei oder dreimal am Hauptpreis vorbei. Das war richtig. Ja, und das ist auch passiert. Traurig. Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wo steht, zu wie viel Prozent man den und den Preis bekommt? Zwei Juwelen, das ist ja fantastisch. Genau das wollte ich schon immer mal haben. Oh, das wird hier wieder traurig wie beim letzten Mal. Obwohl, das letzte Mal war gar nicht mal so bad, glaube ich. Das war 30 Kisten. Das letzte Mal, ich weiß gar nicht, wie hatten wir da Plus gemacht? Glaubt, war das 450 oder so? Bitte, 5. Ah, danke. Ey, nicht 5, 50 hier. Dankeschön, vielen Dank. Direkt die nächste. Ich brauche endlich mal hier Motivation, um Mystery-Schrott zu spielen. 19, 6, 3. Ah, das wird ja immer besser. Stark angefangen und dann wieder aufgehört. Das ist auch immer gut. Das ist auch immer wunderbar. 25, 2. Ja, okay, die bekommen wir safe. Bitte, bitte, bitte. Irgendwas Gutes. Erstmal hier in Casino-Sucht fallen. Aber bei den Gewinnchancen, ja, geil. Da kann man überhaupt nicht in Spielsucht verfallen, weil man bekommt hier nur scheiße raus. Ja, ich wusste es. Mystery-Mord ist so ein Hund, der gönnt nichts. Wieso heißt der jemand auf meinem Discord? Ui! Armutzeugnis. Wirklich ein Armutzeugnis. Das ist richtig trauriges Würstchen hier, aber sowas von 200, 200, 350. Ja, komm, leck mich. Jedes Mal das Gleiche. 92. Ja, besser als die letzten 10 Kisten, würde ich meinen. Mensch, das macht ja richtig Laune hier. Naja, 30 geht. Die letzte Hoffnung ist eigentlich schon gestorben. Also, wenn wir heute kein Jackpot ziehen haben, weiß ich auch nicht. Alter, du willst mich doch flachsen. 92. Ach, komm, das ist Mobbing. Das gibt's doch gar nicht. Also, für Content, um Content zu produzieren, sind die Kisten schon geiler. Aber für Non-Content-User sind die Kisten der größte Scheiß, die Mystery-Mord eingeführt hat. Erst gab's hier feste Kristalle, jetzt gibt's Kisten. Zwei. Ja, das wird nichts mehr. Ah, noch die Sieben bekommen. Ein, zwei, Jack... Dreimal Jackpot. Wir kriegen 125. Wann könnt meinen, ich hab die Mod bestochen hier. Ja, kriminell hoch 10. 50, 50, ja. Jetzt haben sie halt nur 5 bekommen. Richtiger Gönnermodus hier. Hier, Mucke reinmachen. Das ist doch das Schönste am Open. Nee, dass ich... Doch ein Jackpot ist drin. Einer. Äh... Da kriegen wir safe nicht. Alter. Alter. Da fragst du dich aber auch immer wieder. Ist du überhaupt... Hat überhaupt irgendjemand schon mal diesen Jackpot gezogen? Ich hab noch nie jemanden gesehen, der diesen Jackpot gezogen hat. Komm, Gönn 400. Auf Ehre. Du Hund. Deswegen heißt es auch zu Recht Mystery-Schrott. Das ist einfach nur Frechheit hier. Okay, das wird wieder Bohnen los hier. Man hat auch überhaupt kein Zeitgefühl, wie viele Kisten man hier geöffnet hat schon. Dreimal Jackpot und ich bekomme drei. Geil. Macht richtig Bock hier. Die Bugs sind immer noch drin. Auch wichtig und richtig. Wir wollen ja nicht besser als Labby werden. Okay, bei Labby gibt es keine Kisten, aber... Komm, komm, komm. Na, ja, okay. Das verloren. Alter Schwede. Alter Schwede. 25, 30. Okay. Aber wenn wir ganz Zeitreise bekommen würden, dann wäre es eigentlich geil. Eigentlich. Aber die 125 kriegen wir jetzt nicht, das weiß ich. So ein Lack. Das Anfänger-Glück. Die wollen nur, dass du dran bleibst und dann ziehen sie dir wieder zwölf Juwelen rein. Auch geil. Ein Hauptgewinn. Nicht, weil die 60 haben wir bekommen. Nicht mal die 60. Oh, bin ich froh, wenn wir die Kisten fertig haben. Das kann man sich hier echt nicht anschauen. Das kann man sicher hier wirklich nicht reinziehen. Ei, 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 ei. 20, 20, 19 kriegen wir. Wusste ich es. Na gut, der alten Juwel, auf den scheiße ich aber. Ach, komm. Ah, da sind sie sogar alle. Ich habe... Es wird, glaube ich, circa 700 Juwelen gewesen sein, die ich vorher hatte. Das ist aber auch geil. Hier, Inventar und das Teil sind einfach füreinander geklatscht als keine Ahnung was. Ja, perfekt. Die sieht man nicht mal, weil meine Facecam drüber ist. Ah, ja. Bis da. Bis da.